Hi Tim, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Sekunde von BigWebTV. Ich will abnehmen, mittlerweile Woche 77 und der erste und einzige Kommentar kommt diesmal von den lieben guten Peter. Und er hat geschrieben, erstmal dir einen schönen ersten Advent, halte durch. Ja, ersten Advent, die wir letzte Woche Sonntag, glücklicherweise hatten, macht ja Sinn. Danke für den super Kommentar und ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent und hoffe, ihr hättet auch einen fleißigen Nikolaus. Und am Sonntag, meine lieben Freunde, sah das Ganze dann so aus. Wir hatten gehabt, 119,9 Kilogramm und am Montag, meine lieben Freunde, sieht das halt schon so aus. Boah, nun ab mir mein Schatz, Floor. Hallo meine Leute, heute zum Montag, zur 77. Woche. So, leider noch mit der alten Waage. Aber ich sollte dann auch den nächsten Mal wieder einkommen. Und da haben wir gehabt, 118 Kilogramm. Das sieht richtig gut aus, läuft in die richtige Richtung und am Dienstag, meine lieben Freunde, sah das Ganze dann schon so aus. Hallo meine lieben Leute, zum Dienstag, zu. Und da haben wir gehabt, 129,5, was labere ich denn hier? Komma wird gesetzt, 120,5 Kilogramm. Ja, es geht wieder total schön in die falsche Richtung. Wir kommen mal direkt zum Mittwoch, wir vergessen das einfach. Wir schauen uns den Mittwoch an, der sieht so aus. Hallo meine lieben Leute, zum Mittwoch. So, mit dir an. So. Bis morgen, tschüss. Aber das liegt ja auch mit mir, liegt vielleicht auch mit einem Feiertag, ich habe keine Ahnung. Wir kommen einfach mal weiter zum Donnerstag, liebe Freunde. Und der sieht so aus. Hallo meine Leute, zum Donnerstag. So. Und da haben wir 120,1 Kilogramm, ja geht es auch wieder in die richtige Richtung, weil es so schick ist, kommt man direkt zum Freitag. Und da haben wir 121,2 Kilogramm, warum auch nicht. Und der Samstag sah so aus. Hallo meine Leute, zum Samstag. So. Und da haben wir gehabt 120,2 Kilogramm, also wieder ein Kilogramm weniger. Und meine lieben Freunde, jetzt kommt der Sonntag und der sieht so aus. Hallo meine Leute, zum Sonntag. So. 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 Na guck mal. So, jetzt fängt die Anleihen mit der Dumont, ich finde ich nicht riesig. So. 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 So.